War einmal ein Revoluzzer, im Zivilstand Lampenfutzer, ging im Revoluzerschritt mit den Revoluzern mit, und er schrie, ich revoluze, und die Revoluzermütze schob er auf das linke Ohr, kam sich höchst gefährlich vor, doch die Revoluzerschritten mitten in der Straßenmitten, wo er sonst hinuntertrutzt alle Gaslaternen putzt, putzt, putzt. Sie vom Boden zu entfernen, rupfte man die Gaslaternen aus dem Straßenpflaster aus, zwecks des Barrikadenbaus. Aus dem Straßenpflaster aus, zwecks des Barrikadenbaus. Aber unser Revoluzzer schrie, ich bin der Lampenputzer, dieses guten Leuchtelichts, bitte, bitte tut ihm nichts. Wenn wir ihnen's Licht ausdrehen, kann kein Bürger nichts mehr sehen, lass die Lampen stehen, ich bitte, denn sonst spiel ich nicht mehr mit, nicht mehr mit, nicht mehr mit, denn sonst spiel ich nicht mehr mit. Doch die Revoluzzer lachten, und die Gaslaternen krachten, und der Lampenputzer schlich fort und weinte bitter, bitterlich. Dann ist er zu Hause geblieben, und hat dort ein Buch geschrieben, nämlich wie man Revoluzzt, nämlich wie man Revoluzzt, und dabei, und dabei, und dabei, doch Lampentut.